Hallo bei Hockey Shop Forster, wir präsentieren Ihnen den Mission NLS 2 Inland Hockey Skate. Der NLS 2 hat eine gefräste High-Low Aluminium Schiene, sie ist etwas dicker als beim NLS 3 und dadurch etwas stabiler. Im vorderen Bereich haben wir zwei 76mm Rollen und im hinteren Bereich zwei 80mm Rollen. Dadurch hat man eine maximale Wendigkeit, Gesamtgeschwindigkeit und zudem bietet es eine aggressive Vorneigung. Dann haben wir hier die Revision Variante Plus Rollen mit einer Härte von 74A, was einen maximalen Grip bietet. Im Innern der Rolle haben wir einen harten Kern, was zu einer maximalen Geschwindigkeit führt. Die Rollen sind perfekt geeignet für Innenflächen, Kordböden und sollten auf keinen Fall auf Asphalt oder Rauenbelägen gespielt werden. Im Innern der Rollen haben wir High-Low Swiss Kugellager verarbeitet, sind die besten Kugellager aus der Serie für eine maximale Geschwindigkeit. Die Composite Außensole ist federleicht und bietet eine erstklassige Energieübertragung, ist stabil und sehr haltbar. Das Außenmaterial des Skates ist aus 3D Lasted Curve Composite, was eigentlich nur bei Topmodellen verarbeitet wird. Es ist federleicht mit einer Pro-Level-Härte, was extrem stabil ist und eine maximale Kraftübertragung auf die Rollen bietet und dadurch eine Top-Endgeschwindigkeit beim Skaten erreicht wird. Der Schuh ist komplett thermoformbar für eine perfekte rundherum personalisierte Passform, das verhindert von Anfang an Druckstellen und man muss den Schuh nicht mehr einlaufen. Zudem haben wir einen Abriebschutz auf der Innenseite und auf der Außenseite, was den Schuh länger haltbar macht. Die belüftete Zehenkappe kühlt und hält die Füße länger bei Warmwetter trocken, wenn die Seitenschlitze innen und außen die Wärme nach außen ableiten. Dann gibt es austauschbare Fersenchips und einen auswechselbaren Sehenschutz. Das ermöglicht eine schnelle und einfache benutzerdefinierte Personalisierung. Der niedrige Sehenschutz sorgt für eine optimale Beweglichkeit im Skate. Der anatomisch geformte Fersenbereich sorgt für einen optimalen Halt, maximale Fersenunterstützung und Energieübertragung. Zudem ist die Sohle für ein angenehmes Tragegefühl auch anatomisch geformt. Das Innenmaterial ist aus gestepptem Nylon-Innenfutter mit Grip für einen perfekten Halt im Skate und mit Indy-Form Schaumknöchelpolstern für einen Top-Komfort. Die zweiteilige weiße Filzlasche mit verstärktem integriertem Mittelfußschutz schützt gegen Pucks und Stockschläge. Zudem haben wir Belüftungslöcher und einen flexiblen Oberteil, wodurch die Beinschnürer perfekt auf der Lasche liegen. Wenn Sie der Skate überzeugt haben, sichern Sie sich jetzt den Skate zum Top-Preis auf www.hockeyshop-forster.de Sichern Sie sich jetzt unsere Angebote unter www.hockeyshopforster.de It's in the game!